was geht ab freunde der nacht und herzlich willkommen zu einer neuen folge battlefield 1 wir spielen wieder den modus rush die runde wie ihr seht hat gerade angefangen schön dass ihr zugeschaltet habt das freut mich supportet das ganze projekt und ansonsten hauen sie rein und schauen dazu gucken was wir heute so reißen wir müssen angreifen ich hab mal wieder die andere klasse genommen ich habe keinen bock hier abzuschimmeln jungs abschätzen wo sie sind also ich habe gedacht dass wir ein treffer gewesen was weiß ich schon ich bin mir nicht sicher welche klasse ist jetzt nehmen hier für den wenn man angreift ist es wo denn hätte ich gern tatsächlich eingetroffen was soll ich machen ist man schon fast tot reißt mir hier überhaupt was geht ihr nach vorne oder was machen die ich spreng ach gut so kommen wir nicht weiter so macht es auch keinen spaß dann auch nur die kacke jetzt anders die leute greifen noch gar nicht an ja klar hat der glücker hat der glücker gut weiter nach vorne weiter nach vorne weiter nach vorne da ist er jetzt müsste er eigentlich kommen oder nach mann ey wir kriegen nichts gebacken hier fahr doch mal los alter steht mit seinem panzer da als ob wir alle zeit der welt hätten ist ja alles easy ne nein ach wie konnte der mich denn sehen das ist doch nicht wahr ey der bleibt mit seinem panzer da hocken ey anstatt damit angreift nix da wir schimmeln schön ab wir haben ja alle zeit der welt ja endlich greifen sie mal an juhu so wird das nix wird auch mal zeit Sackrate komm jetzt nehme ich dich fährt alter jetzt machen wir das was er wollte kalab kalab und spring mal ich bin so schlecht als reiter das gibt es doch gar nicht und endlich geht die action mal los ey mal kurz vorm schluss machen sind der haut da mit seinem panzer immer noch rum ey jetzt hocken wir wieder da der mit seinem panzer ne der geht mir so auf den riss der mit seinem panzer ne der geht mir so auf den riss ja ja der sagt doch so schlecht ich bin so gut wie tot ja alles klar guck was suchen die alle da hinten ich verstehe das nicht was ist denn los hier mit euch greift doch mal an ey die sollen mal alle lieber team deathmatch spielen naja das hat doch so keinen zweck ja ja gucken wir mal wo sie hocken treffer das hat doch ja 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 das ist ja das ist ja ja was soll ich jetzt hier machen ich war so oder so tot das ging direkt da ab haben wir es geschafft haben wir es geschafft ich werde verrückt nein wir haben es natürlich nicht geschafft nein ach da hinten mein gott der mit dem panzer was ist los mit dem guck in die einen und da bleibt auch noch einer ernsthaft mit drin jawohl eine beförderung was geht ab wir haben beide einsatzziele eroberten sehr schön haben wir es ja doch noch geschafft ich war ja echt am zweifeln aber da befürwortet sich wieder meine ansage wartet bis zum schluss da gehe ich noch ein bisschen ab ich meine hätte ich das nicht gemacht ich weiß es nicht ja wachsoldatenkit was geht ab das ist ja wo meiner wachsoldatenkit verfügbar sehr schön ah ne hier geht es nur da ein klack ok wopi wopi ach du kacke na ja wenigstens ein mitgenommen oh gott ja für weite entfernen ist ja auch nicht geeignet ich hatte gedacht ich komme noch mit denen da rein aber Leider nicht. Ey, was, was, was? Okay, raus. Raus! Eingriff von oben. Ah, scheiße. Alles klar. Ein Tod. Okay. Na, ich musste das Risiko gehen. Der mit seinem Panzer dahinten. Ey, das ist doch... Was ist los mit dem? Ehrlich? Wieso Sackraten verliert man das Spiel? Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Wer nimmt die Ratten? Ei, ei, ei. Da hätte ich meine Granaten nicht alle da reingeschmissen, ne? Oh, wir haben Glück. Wir haben Glück. Einer ist noch da. Im Haus. Alles klar. Ist A weg? Nein, A ist doch genau unter uns. Äh, irgendeiner muss ja das Risiko gehen, ne? Alles klar. Alles klar. Hat nicht gereicht, dass es schon brennen war. Da haut noch einer mit dem Geschütz rein. Nein! Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Albert entschärft. Ja. Ich weiß. Oh Gott. Den hab ich nicht gesehen, ne? Scheiße. Aber? Wir hocken ja gut, Mann. Die zwei haben's in den Griff. Warum die da oben bleiben, weiß ich zwar nicht. Ich kann mir das nur vorstellen, dass sie dafür da sind, dass wir hier spawnen, ne? Kacke, ey. Na klar. Na klar. Fünfter meines Teams. Haben wir's jetzt? Jawoll! So. Welche Sackrate schießt da die ganze Zeit? So. Du Sacknagel. Hast du davon. Weißt du, wir müssen jetzt machen. Wir müssen wegschraben. Das Bedrück ist so. Wir müssen wegschraben. Ich muss wegschraben gehen. Wir müssen wegschraben. Wir müssen wegschraben. Bezunst du wegschraben. Grange schraben. Du wirst in der resolute. Wir müssen wegschraben. ich bin verbrannt im kampf gefallen habe ich jetzt auch gar nicht darauf gedacht ich war voll fokus wurde wo die da sind damit sein panzer was hat der verloren ehrlich okay das ist allerdings jetzt eine geile ausgangslage nein sniper das war echt eine gute position muss man ja sagen nicht schlecht nein ich denke die wüssten doch ganz genau wo wir sind hoppala das sind meine granaten mensch 1 keine granaten werfen und an wo die gegner einsatz an einsatz ziel bertha platziert hinter uns boah scheiße das ist echt eine fette wunde und ich habe gut nachgeholfen ups da oben das hat er den schuss abbekommen da hat doch eben einer von oben geschossen ok hoppen wir uns mal vorbei ja ich brauche muniz hallo muniz wo stecken sie denn gerade automatik das ist gut m 1918 m 1918 m 1918 habe ich die auch schauen wir mal die scheint ja ganz gut zu hören m 1918 hüftfeuer m 1918 wer sturm hat die schussfolge hat mich interessiert die war einfach schnell und ich kann wieder einen erspießen probieren wir mal aus. Ach, hört doch auf, ey. Zu zweit schon. Sehr schön. B haben wir auch schon. Sehr geil. Hey, der mit seinem Panzerkommilimeter vorgerobbt. Da sind wir jetzt hier, oder? Der kann fliegen, würde ich mal sagen. Geiler Bandenwurf, was geht ab? Ach, dass er den einen nicht erwischt hat. Der hat auch die Knarre. Scheint wohl in zu sein. Nee. Probieren wir einfach mal aus. Gucken, was so geht. Ach, nee. Und da oben will ich aber auch nicht anfangen. Eins. Let's go. Nein. Nein. Ach, Mensch. Jetzt komme ich gar nicht mehr ins Gefecht. Um die scheiß Knarre auszuprobieren. Der schimmelt ja immer noch ab, oder? Ja. Der Feind hat den Sprengsatz an. Ach, nee. Jetzt hängen wir wieder fest. Flop. 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 In Deckung. Da oben habe ich was gesehen. Ihr könnt mich mal. Das gibt es doch nicht. Was war? Ich habe mich gelobt, wisst ihr? Man darf sich nicht selber loben. Dann passiert genau das. Fahr doch mal los, Alter, ey. Mein Gott. Ach, ja. Aber es geht schon über 20 Minuten. Das ist also echt ein heftiges Gefecht. Oh, die Sicht zum Zielen gefällt mir. Sprengsatz an Einsatzzieher halbweit platziert. Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzzieher halbweit entschärft. Ey, der hat einen Volltreffer bekommen mit der Büchse. Schade. Nein, dann testen wir das nächste Mal die Waffe. Hier scheinen wir anscheinend nicht mehr hinzukommen. Sniper-Hiper. Sniper-Hyper. Es sei denn, sie geben mir die Chance gerade abzuschmeißen. Wie viel Killhilfen ich bekommen habe. Reanimier mich. Mensch. Da konnten wir sie jetzt gerade gut aufscheuchen. Ist das dein Ernst? Das war es. Schade. Egal. Ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Mir schon lief jetzt gerade nicht so optimal, aber ey, supportet das ganze Projekt. Das wäre ganz nice. Ihr wisst ja wie es geht, kommentiert es, macht ein Däumchen nach oben, Abo wäre auch ganz fein, sprecht drum, was ich so mache, um mehr Abonnenten zu bekommen. Das wäre echt nice. Okay. Hauen sie rein. Abonnenten. Bauen sie rein.